Die Sprache der Kerzen – eine Besinnung zum Fest Maria Lichtmess Auch im Zeitalter des Neonlichts und des Laserstrahls schätzen und lieben viele Menschen Kerzen und erfreuen sich an ihrem milden Licht, sei es an einem festlich gedeckten Tisch oder in einer besinnlichen Gesprächsrunde. Ihr Licht vermag, die jeweilige Atmosphäre stark zu prägen und die Menschen, die den Lichtschein vor Augen haben, in eine besondere Stimmung zu versetzen. Vielleicht ist ja da etwas dran. Je hektischer, automatisierter und darum unpersönlicher unsere Umwelt wird, umso stärker wächst die Vorliebe für Kerzen und das Fluidum, das sie verbreiten. Kerzenlicht vermittelt einfach Geborgenheit, Wärme, Trost, Hoffnung, Feierlichkeit und Andacht. Die Kerzen im liturgischen Raum haben alle eine besondere Bedeutung. In unseren Kirchen gibt es eine große Kerzenfamilie. Unterschiedliche Kerzen haben eine besondere Bedeutung. Wie auf jedem festlich gedeckten Tisch brennen auf dem Altar oder auf schön gestalteten Leuchtern die Altarkerzen. Ein Fest soll es sein, wenn Christen sich um den Altar versammeln. Christen sollen sich von dem anstecken lassen, was sie feiern und selbst ein Licht für andere werden. Wenn unsere Ministranten und Ministrantinnen die Evangelienleuchter tragen, kommt es mir manchmal vor, als schweben Engelchen daher und vermitteln die Botschaft, die Worte, die wir jetzt aus diesem Buch hören, sind meines Fußes Leuchte, wie es schon in einem alten Psalm heißt, wollen mir ein Licht aufgehen lassen und mir im Leben Orientierung geben. Vor oder neben dem Tabernakel brennt ein beständiges, ein sogenanntes ewiges Licht. Es zeigt dem Kirchenbesucher, hier im Tabernakel ist das Allerheiligste verwahrt. Es lädt ihn ein, Jesus und Gott durch das Beugen der Knie zu grüßen und will ihm sagen, Ich brenne Tag und Nacht. Ich sage euch im Namen Gottes, ich bin da. Ich sage euch im Namen Jesu, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. In jeder katholischen Kirche sind an den Wänden zwölf Leuchter zu sehen, die sogenannten Apostelleuchter. Oft stehen auf den Kerzenkonsolen die Namen der Apostel. Sie erinnern daran, diese zwölf Männer waren Burning Persons für die Botschaft Jesu. Sie laden auch uns dazu ein, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Vor langer Zeit stifteten einmal die zwölf Stadtväter von Geroldshofen für ihre Pfarrkirche die wertvolle zwölfarmige Lichtampel, die immer in den Rorate Gottesdiensten und in der Osternacht den Raum mit Licht erfüllt. Vielleicht haben diese Stadtväter damit ganz unbewusst ein Zeichen gesetzt. Wir lassen uns anstecken vom Licht des Glaubens. Auch wir möchten, wie die zwölf Apostel am Anfang der Kirche, das Licht des Glaubens hineintragen in unsere Zeit. Eine ganz besondere Kerze in unseren Kirchen ist die Osterkerze. Sie ist oft besonders kunstvoll gestaltet und erhebt sich auf einem besonderen Leuchter. In der Osternacht wird sie am Osterfeuer draußen vor der Kirche entzündet und im feierlichen Zug in die dunkle Kirche getragen. Dreimal hält die Prozession inne. Dreimal hören wir das deutende Wort Lumen Christi. Dies ist das Licht Christi. Und die Menschen spüren, wie diese kleine Flamme wie ein Hoffnungslicht Wärme und Licht verbreitet. Auf der Osterkerze ist das Kreuz eingeritzt oder schön gestaltet mit den fünf goldenen Nägeln als Zeichen der Wundmale Christi. Eine stille Botschaft. Über dem Kreuz und den Wunden das Licht. Hoffnungssymbol. Wie Jesus nicht im Tod geblieben ist, so hat das Dunkle, Schwere und Bedrückende in unserem Leben nicht das letzte Wort. Die kleinen Kerzen vor dem Pietar-Altar erzählen ganz still von dem schweren und belastenden im Leben der Menschen. Diese Kerzen erzählen ohne Worte von der Einsamkeit einer alten Frau, von den Tränen einer Mutter um ihr Kind, von der Angst eines Kindes vor der Scheidung seiner Eltern, von einer zerbrochenen Freundschaft eines Jugendlichen, von einer schwierigen Entscheidung, von einem leeren Platz an der Seite, aber auch von einem schönen Urlaubstag, von Ich-denk-an-dich, von einem ruhigen Augenblick. Diese kleinen Kerzen, eine Landschaft flackernder Flammen als Sinnbild für Menschen, die hoffen, sich sehnen, die lieben, die leiden, die ringen, die weinen und die glücklich sind. Am 3. Februar, am Blasiustag, wird der Segen in unseren Kirchen in einer besonderen Form gespendet. Der Priester hält den Gläubigen die gekreuzten Blasiuskerzen vor den Hals und das Gesicht. Eine Erinnerung an den Arzt Blasius aus dem 3. Jahrhundert, der ein Kind, das eine Fischgräte verschluckt hatte, vor dem Erstickungstod rettete. Dabei spricht der Priester die Segensformel. Der Herr behüte dein Leben. Er schenke dir Gesundheit des Leibes und der Seele. Auf die Fürsprache des heiligen Blasius segne dich der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich werde nie vergessen, wie in meiner Kaplanszeit ein Chefarzt sich immer zum Blasius-Segen angestellt hat. Ein starkes Zeichen. Wir haben trotz modernster Medizin und ziehen unser Leben nicht in der Hand. Wir vertrauen darauf, dass unser Leben umgriffen ist von der starken Hand Gottes. Jahrhundert der Sohn lesen. Ausgüter gällt euch an ,